hallo mein name ist urina und hier kommt eure neue wochenbotschaft ab den 30 10 für die kommende woche ich werde das für dich channeln meiner schönen schamanischen trommel es meldet sich erzengel gabriel liebes kind ja dich meine ich der du jetzt gerade zuhörst vieles wird dir begegnen diese woche neue menschen neue eindrücke neue dinge vieles kommt auf dich zu aber du neigst zum übertreiben also bleib bei dir selber guck was dir gut tut hör auf dein gutes herz du weißt du bist ein besonderer sonnenschein du hast so viele talente lebe sie und es wird dir glück bringen auch finanziell wird es besser gehen ja du bist ein bisschen umgedümpelt die letzte zeit aber auch das geht wieder aufwärts ich segne dich ich danke dir gabriel für diese wunderbare botschaft ich gerne weitergebe und nun wünsche ich uns allen eine wunderbare woche tschüss